Kurzer Zwischenstand von meinem Kohlrabi und Pflücksalat am 30. Mai. Ihr seht, wie schön erwächst der Kohlrabi, der Pflücksalat. Ich werde euch mal zeigen, wie man diesen erntet, dass dieser auch immer wieder nachwächst. Ihr müsst dabei einfach nur aufpassen, dass ihr das Herz nicht verletzt und da wird euch der Pflücksalat immer wieder nachwachsen, aber das in einem anderen Video bei ZUSCH im Garten. Von daher lasst ein Abo da.